Ja, wir begrüsst Sie ganz herzlich zum vierten IHK Talk at Uni St. Gallen. Eine Reihe, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis bespielen soll und auch mit Themen bedient, die die ganze Kernregion Ostschweiz betreffen. Die Teilhörig-Reihe ist Vertrauen und Verantwortung. Heute, pandemiebedingt, leider komplett im digitalen Raum. Wir sind nicht wie es uns in der Senatoren-Lounge der HSG, sondern meine Gäste und ich selber sind in ihrem jeweiligen Büro. Heute sind die Gäste, Frau Prof. Dr. Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der HSG mit den Forschungsschwerpunkten Einfluss von Institutionen auf Motivation der Beschäftigten, Vertrauen in Unternehmen, Stakeholdervertrauen, Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Der Letzte habe ich in einem Artikel gelesen, Dr. Antoinette Weibel wird als Vertrauensforscherin auch begleitet. Auf der anderen Seite haben wir Roger Dudler, CEO und Gründer von Frontify und IHK Vorstandsmitglied. Roger, du hast 2018 von dir Reden gemacht mit dem Slogan «Lowest Salary in Town». Hat das Vertrauen in Frontify als Arbeitgeber gestärkt oder geschwächt? Das ist eine gute Frage. Als erstes Mal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als erstes Mal war es nicht meine Idee, es war eine sensationelle Idee vom Team. Wir haben jetzt nicht irgendeine Auswertung gemacht oder so, weil es das Vertrauen gestärkt hat. Für uns war es ein grosser Erfolg, weil es unsere Visibilität massiv erhöht hat in der Region. Andererseits hat es zum Denken angekriegt in der Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Wir wollten ja die Leute ansprechen, die sich denken, Moment mal, wenn es so wäre, würden sie das wahrscheinlich nicht auf die Fahne schreiben. Also es war natürlich nicht so. Und wir konnten dort natürlich genau die Leute ansprechen, die Sachen hinterfragen, die etwas lustig finden und etwas anderes schätzen. Und für uns ist es unglaublich wertvoll gewesen. Wir haben mehrere Leute eingestellt aufgrund dieser Kampagne. Wir haben unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, insgesamt hat das Vertrauen gestärkt. Ich glaube auch intern, weil intern irgendwie alle auch dahinter stehen, hinter dieser Art der Kommunikation. Und weil das irgendwie zu uns passt. Von dem her würde ich sagen, es hat Vertrauen gestärkt. Es hat Vertrauen gestärkt. Danke Roger. Lowest salary in town. Ich gehe davon aus, das ist heute nicht mehr so. Nicht mehr ganz. Ich möchte noch etwas nachfragen, weil ich finde das eigentlich noch super spannend. Hast du das Gefühl, weil wir sagen ja tatsächlich, wenn du jetzt nicht der bist, der mit dem meisten Geld winkt, das ist ja nochmal etwas anderes. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, es ist highest salary in town, dann kriegst du in der Regel Leute, die vor allem wegen Geld kommen. Hat das vielleicht auch noch einen Effekt gehabt, dass du jetzt nicht so die wahnsinnig nur auf geldorientierte Leute bekommst, sondern die, die eigentlich Spass haben am Job und an einem Startup und gesagt haben, genau das macht mir eben auch Freude. Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich Kernmessage auch gewesen von der ganzen Kampagne, zum sagen, hey, du kannst doch viel mehr haben wie einfach Geld. Klar, kriegst auch genug Geld, aber es geht um viel mehr. Es geht darum eben Spass zu haben beim Schaffen, zum Wachsen zu können, internationale Kunden und so weiter. Und zwar ganz viele andere Benefize. Und klar, wenn du natürlich einfach die höchsten Löhne hast, dann sprichst du vielleicht eher auch die an, die auf der Suche sind nach dem und das haben wir nicht wollen. Und das ist, by the way, immer noch nicht so. Also es ist schon so, dass natürlich die Situation sich verändert hat, aber wir sind nicht der Ort, wo, wenn du jetzt wirklich würdest, nur eine Karriere machen für das Heule Geld, dann sind wir jeden falsche Arbeitgeber. Also das ist schon die Key Message gewesen, die wir ihnen wollen geben. Also ich habe noch sehr vertrauensrelevant, aber jetzt bin ich ruhig, Markus. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, das kommt schon an, Antonette. Jetzt, the stage is yours. Du bist Vertrauensforscherin, sicher hast du auch gewisse Vorbildaufgaben damit. Provokante Fragen, Antonette, schaffen bei dir im Institut die motiviertesten Mitarbeitenden von der HSG und die mit dem höchsten Vertrauen in die Vorgesetzten, in das Departement, in die HSG? Ja, also ich gebe mir natürlich tatsächlich Mühe, das zu leben. Ich glaube, meine Leute haben wahnsinnig viel Freiraum und schätzen das auch. Manchmal ist es sogar so, dass sie sagen, sie haben jetzt viel Freiraum. Also wir haben auch immer ein bisschen die Diskussion, wo wir gleich noch darauf sprechen kommen, wie viel Führung braucht es, wie viel Leitplanken braucht es und wie viel Freiraum braucht es. Ich glaube, wir sind auch ein Team, dass wir uns wirklich gegenseitig sehr vertrauen, dass wir sehr auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, wo du auch überall an der HSG ein bisschen kannst sehen, weil HSG sehr unternehmerisch aufgestellt ist, hast du in diesen einzelnen Teams ganz unterschiedliche Kulturen. Also wir haben sicher eine ausgesprochene Vertrauenskultur. Aber der Nachteil von dem ist, ich glaube, da sind wir gerade ein bisschen am Schüsstieren, dass wir uns gar nicht so wahnsinnig mit dem grossen Ganzen immer verbunden fühlen. Also vielleicht mit dem Brand, aber jetzt nicht so, dass wir gemeinsam alle zusammen die Uni ausmachen und gemeinsam noch mehr reissen können. Und ich glaube, da braucht es jetzt auch noch einmal, wir sind dran, wirklich einen Schub, dass wir auch als HSG gesehen, die grossen Probleme von der Verantwortung, die wir da glaube ich auch schon diskutiert haben, die müssen dann wir stemmen und wir wollen die auch stemmen. Und da wäre es eigentlich toll, wir würden noch ein bisschen mehr zusammen schaffen und noch ein bisschen mehr Vertrauen über das Institut hinweg und in die gesamte Institution haben. Da sind wir aber dran, sage ich mal. Ja, also wenn ich da recht verstehe, du sagst, die HSG, die sehr starke Instituts treiben, auch wie der Erfolg ist von den letzten Jahrzehnten, dass es sehr starke Institutskulturen hat, auch bezogen aus Vertrauen und dass er jetzt daran arbeitet, auch noch mehr HSG, Corporate Culture, und damit Vertrauen auch zu bilden. Hast du da ein besonderes Wollen in diesem Prozess? Ja, also gut, ich meine, man versucht es immer wieder, aber es ist natürlich bei uns wirklich wie in einem Grossunternehmen, wo ganz, ganz viele Profizenter hat, die Leute haben auch selten Zeit. Also ich habe eigentlich von Anfang an versucht, mehr Netzwerke aufzubauen, sei es jetzt Frauen-Netzwerke, sei es jetzt, dass wir sagen, wir machen Themen zusammen, die wir vielleicht noch nicht so gegen aussen auftreten. Aber ich glaube, man merkt langsam, dass die grossen Themen eben auf uns zukommen und dass es gar nicht anders geht. Und ich hoffe, dass es durch das auch eine Verlagerung gibt, dass man eigentlich wirklich sieht, es ist nicht nur, was uns auch nicht total Spass macht, in den Markt rauszugehen und unsere Ideen mit den Leuten zu besprechen, sondern dass wir eigentlich auch gemeinsam noch mal auf die bessere Ideen kommen könnten. Wegen dem ist man ja in einer gemeinsamen Institution drin. Also man versucht es immer wieder über Netzwerke zu stärken. Jetzt machen wir gerade ein neues Seminar, zusammen mit Judith Walls, wo es um das Thema Verantwortung geht. Wo wir versuchen, die PhD dort noch stärker mit reinzunehmen, damit ihr zumindest das macht. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre brauchen, bis wir da mehr Fortschritt machen. Vielen Dank, Antoinette. Ja, wir wollen einsteigen in den ersten Block, was ist der Nutzen von Vertrauen? Und das ist ja, wir kommen dann auch noch in den Titel, wie man arbeitet, Vertrauen. Was würdest du sagen, Antoinette, wenn du einen Kleinunternehmer vor dir hast, und der sagt, ja, wir funktionieren so wie in den letzten 20 Jahren, wir haben ein gutes System von Checks and Balances, das Kontrollsystem, das fordert ja auch unter anderem das Gesetz über Rechnungslegungsrecht. Warum sollte man in Vertrauen investieren als Unternehmen in der Kultur? Antoinette. Gut, ich glaube, es gibt zwei ganz grosse Gründe. Das Erste, was uns alle auch immer interessieren sollte, ist, dass es einfach enorm kostensparend ist. Also ich glaube, wir haben alle gespürt, wie in letzter Zeit Compliance-Kosten ausgegangen sind. Wieso sind die ausgegangen? Weil wir uns nicht mehr vertraut hätten, Wirtschaft hat man uns stärker reguliert. Und dasselbe haben wir natürlich auch intern. Wenn wir kein Vertrauen haben, dann brauchen wir mehr Aufpasser. Und also nichts gegen mittleres Management. Das ist extrem wichtig. Aber die hätten doch eigentlich gescheites Zeugs aufzupassen. Also die wären doch eigentlich viel besser dran, wenn sie eben würden, was wir vorhin gerade diskutiert haben, Netzwerke bauen, Brücken bauen, gegen aussen wie gegen innen, oder? Also eigentlich, wir könnten auch da fast in Liebe reingehen, statt in Kontrolle, wenn wir so möchten, oder? Das würde auf jeden Fall immens Kostensparen und das Zweite. Und ich glaube, das spüren wir jetzt. Wir reden ganz lange schon darüber, aber jetzt spüren wir es auch. Wir kommen natürlich stärker in den Fachkräftemangel hinein, als wir es je gedacht haben. Und wir haben ja jetzt auch noch die sogenannte YOLO-Welle, nennt sie sich. You only live once. YOLO-Welle. Was ist da lustig? Ja, you only live once. Ja, den kenne ich, aber weisst du, die Welle? Ja, die Welle ist die grossen Resignation. Das hast du vielleicht in Amerika noch nicht gespürt, aber in Amerika sind sie ganz stark, oder? Wir haben bis zu 50 Prozent von den Leuten, die sagen, sie wollen ihren Job kündigen. Und wir haben jetzt schon die Kündigungswellen, oder? In der Schweiz weiss ich nicht, ob wir so eine Kündigungswelle haben, aber wir haben natürlich trotzdem auch die Situation, dass wir wirklich merken, bei gewissen Branchen, wie zum Beispiel jetzt im Gastgewerb, wird es immer schwierige Leute zu finden, oder? Oder klassisch im Moment gerade bei der Pflege, oder? Und wie kann man das begegnen? Und da, glaube ich, ist natürlich Vertrauen. Du hast einen Arbeitsplatz, wo die Leute aneinander vertrauen, wo man als ganzer Mensch sein kann, wo man aufblühen kann, wo es einem Spass macht, wo man sich einbringen kann, wo man wächst. Das ist natürlich ein unglaublicher Anziehungsfaktor, oder? Also man hat viel die bessere Chance, in einem Ärtotstand, der extrem ausgetrocknet ist, als wenn man eben so von Anfang an sagt, ja, bei uns, ich betraue meinen Mitarbeitern nicht, ich hole eine Peitsche raus und so, ist doch klar, wo man dann rein geht und arbeiten. Also ich denke, wir haben zwei ganz starke Faktoren, Kosten sparen und in Zukunft vor allem eben auch wieder weiterhin gute Leute bekommen und voran bleiben. Also zwei Erkenntnisse, danke, glaube ich, ganz wichtig. Ich komme ein bisschen aus dem Kontroll-Backbone-Compliance-Governance-Odit, oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Und dort ist es natürlich auch gesetzlich gefordert, aber wir haben sicherlich eine unglaubliche Entwicklung gesehen, gerade jetzt auch mit Corona, dass es eben auch weiter in Kreise züchst. Ich möchte damit gerne zu dir kommen, Roger, als IT-Unternehmen, Start-up-Unternehmen, eines der bekanntesten St. Galler Start-up-Unternehmen, sehr modern, jung, betrieben, ist Vertrauensbildung und das Vertrauen geben in einem solchen Unternehmen wichtiger oder anders als in anderen Unternehmen? Ja, ich glaube, ich glaube, es ist überall wichtig. Wieso ist es vielleicht wichtiger für uns, weil wir haben ja am Anfang noch keinen Namen gehabt. Also wir haben ja den einzigen Grund, wieso du wieso solltest du irgendwie ein Hochrisiko-Firma quasi joinen am Anfang, wenn du nicht daran glaubst, wo an die Reise geht. Weil normalerweise sind die Löhne am Anfang tiefer, du musst dich mit dem Ganzen identifizieren. Das heisst, wir haben von Anfang an müssen ein Umfeld bieten, das halt modern ist, wo den Leuten viel Vertrauen gibt, viel Freiheit, viele Möglichkeiten zum Wachsen, genau das, was du gesagt hast, schon und zwar nicht. Und anders hätten wir ja gar keine Chance gehabt, um irgendwelche Leute zu finden. Jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen grösser, mittlerweile 240 Leute. Und klar, jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden, um Leute zu attracken, aber es ist mindestens so wichtig, weil wir spielen natürlich im internationalen Arbeitsmarkt. Lokal ist es für uns fast einfacher, zum Arbeitskreis zu gewinnen, weil wir uns eben da differenzieren von vielen anderen Firmen durch die Arbeitskultur, aber im internationalen Vergleich, sagen wir jetzt in den USA oder in anderen Ländern, ist es zum Standard geworden, oder? Und dort hast du halt so den War of Talent, wo spielt, wo es, du bist einfach, du hast einfach keine Chance, zu den guten Leuten bekommen, wenn du nicht auch deine Kulturen so dementsprechend anpassest. Von dem her, ich glaube, wichtig auch, weil wir, weil wir einfach am Anfang ist es umso wichtiger gewesen, jetzt ist es umso wichtiger, weil wir in einem internationalen Umfeld spielen, aber ich glaube, es ist wichtig für jedes Unternehmen, es wird zum grossen Problem, wenn man es nicht macht. Das ist meine Erkenntnis. Also wir nehmen mit aus dem kreuzen Fenster. Vertrauen, Züchttalent an, ist ein Merkmal oder auch ein USP in der Rekrutierung, gerade in einem ausdrückenden Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel, herrscht in der Pflege, herrscht in der Gastronomie, vielen anderen Orten, IT, im Gewerbe, überall, also Vertrauen als Vertrauen schenken. Wir schauen nachher noch kurz kurz darüber, diskutieren, wie man das aufbauen kann. Ich möchte noch in ein Thema eingehen, Mitarbeiter können nur Vertrauen übernehmen, wenn man sie auch einwachsen lässt. in Englisch eine Provokation «Leaders are holding back the future». Antoinette, da habe ich auch bei dir aus deinen Publikationen mitgebracht. Wie warst du das? Ja, also erstens finde ich tatsächlich, irgendwo müssen wir anfangen. Wir sagen, wir wollen ein Arbeitsblatt von Leuten aufblühen, wo sie wachsen können. Dann heisst es ja immer, sie dürfen die Verantwortung übernehmen, mitentscheiden, sie dürfen sich auch bewegen, auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht sogar in einem Homeoffice, aber ich meine, das wäre ja nur ein Aspekt, wie man sich bewegen kann. Und damit das passiert, braucht es ja auf der anderen Seite eben auch Führungskräfte, die sagen, ja, ich probiere das mal aus, gerade wenn man es am Anfang nicht hatten. Wenn wir an einem Arbeitsplatz herkommen, ich meine, beim Roche ist es anders gewesen, du hast es von Anfang aufgebaut, auch mit deinem eigenen Kredo, aber stell dir das klassische Unternehmen vor, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Und dann haben wir ja wirklich die klassische Situation, wir haben das früher genannt, Delegationskreislauf, die Leute müssen ja erst reinwachsen. Und dann fängt man eigentlich immer als Vorgesetzte an. Und wenn man als Vorgesetzte oder als Vorgesetzte in diesen Schritt nicht wagt, also nicht sagt, ich lasse euch jetzt mal und auch wenn ihr am Anfang vielleicht ein bisschen umfallen und auch wenn ihr es am Anfang vielleicht gar nicht so lässig findet, denn man muss ja reinwachsen, ich gebe euch jetzt mal das Vorschussvertrauen. Und das passiert viel zu wenig. Und da ist natürlich interessant zu wissen, wieso passiert das viel zu wenig. Und für mich gibt es zwei Erklärungen und an beiden müssen wir mal hinzugehen. Das eine, wenn wir uns vorhin auch schon im Vorgespräch unterhalten ist, manchmal haben wir einfach komische, altmodische oder auch einfach nur ökonomische Menschenbilder im Kopf. Also wir sagen quasi, die Leute wollen nicht denken, die Leute können nicht denken und sie sind eigentlich nur über Geld zu bewegen. Jetzt kann ich da natürlich noch hundertmal sagen, das ist Quatsch. Wir können mittlerweile mit empirischer Forschung zeigen, dass das überhaupt nicht so ist. Wir kommen als Kinder auf die Welt und wollen eben die Welt erkunden. Und das geht uns eigentlich auch nicht abhanden, wenn wir es später weiterhin machen dürfen. Wir verlieren es vielleicht, aber wir können es auch wieder lernen. Aber die Leute halten sehr stark an diesem Menschenbild fest und solange und solange du an dem festhältst, kannst du gar nicht sehen, was passiert, wenn man es mal anders macht. Also es ist für mich der zweite Punkt, also zuerst mal vielleicht zu erkennen, vielleicht habe ich ein falsches Menschenbild und ich könnte einfach mal so tun, als wäre es anders. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und der zweite Punkt, den ich da wichtig finde, was haltet mich dann zurück, mein Menschenbild aufzugeben und mal ein anderes auszuprobieren. Und da sehe ich häufig auch einfach Angst. Angst, dass man selber Kontrolle verliert, Angst, dass man jemanden hat, der einem vielleicht in der Karriere ein Problem werden könnte. Also ich glaube, wir müssen Menschenbilder annehmen und wir müssen das Thema Angst annehmen, weil Angst gehört eigentlich nicht in ein Unternehmen, wenn wir gemeinsam kreativ sein wollen oder auch einfach gemeinsam gut sein, gemeinsam exzellent sein. Was hast du das Gefühl, ist es eventuell so in den klassischen Kulturen? Wieso ist es auch ein bisschen ein Problem, wenn du irgendwie jemand im Mittelmanagement anfängst, das zu machen, vielleicht die Leute auf die Schnorre kommen, blöd gesagt, und Qualität nicht liefern, die vielleicht vorher erwartet worden ist, derjenige dann eben wieder auf den Grind bekommt, quasi von seinem Chef, von seiner Chefin und es müssen wie alle gemeinsam, ich finde, es ist wie etwas, wo eben auch von oben gekommen als Direktiven blöd gesagt, im Sinne von wir haben eine Vision und eine Idee, wie unsere Kultur soll sein und wir machen das jetzt alle. Das Problem ist, wenn irgendjemand in der Kette nicht macht, dann denken die «Oh, gut, nein, dann mache ich es auch nicht, weil dann komme ich auf den Grind übernommen und die anderen nicht». Hast du das Gefühl, dass das auch etwas ist, das die zurückhaltet, dass vielleicht nicht gereicht wird, vom Topmanagement zum Beispiel, und irgendwo anfängt, aber nicht wirklich breit durchzogen wird? Ich glaube, das ist sehr häufig der Fall und das habe ich auch nicht mit Angst gemeint, weil das ist ja Angst, das ist im Unternehmen drinnen und natürlich ist es am besten, wenn du wirklich das zu ändern, egal wie lange es geht. Wir haben ja jetzt zum Beispiel einen Rost, der das im Moment sehr stark probiert. Ich glaube, Novartis probiert es auch. Ich bin immer skeptisch, ziehen sie es dann auch durch, aber dort haben wir sogar diese Situation. Das geht dann auch lange. Auf der anderen Seite, ich unterrichte so viele Führungskräfte, die eher unteres oder mittleres Level sind und man hat eigentlich schon noch mehr Handlungsspielraum, was man so meint. Du musst dich dann vielleicht schon mal anstellen und sagen, ja, vielleicht nicht Quarterly Results, sondern vielleicht halbjahr. Also es braucht schon noch immer ein bisschen Mut. Aber mich denkt, du kannst viel menschenorientierter und mit mehr Freiräumen operieren, als man so gemeinhin denkt. Also ich glaube schon, es braucht einfach auch Mut. Wenn du Angst hast, braucht es halt Mut. Also ja. Am besten wird es natürlich aber das wird nicht immer passieren. Und dann die allerletzte Frage ist, kann man dann einen Wandel in einem Grossunternehmen, in einem Kleinen glaube ich, kann man es. Aber in einem Grossunternehmen wirklich von unten initiieren, ja, in sehr seltenen Fällen gibt es das, dass man irgendwo wie so eine genügend grosse Masse Gleichgesinnte mit der Zeit hat. Aber es ist natürlich schwierig. Ich glaube, dort ist schon meistens, dass du es von oben auch wählen und unterstützen. Also können wir mitnehmen, ja, da. Wichtig ist, dass die Vertrauenskultur wirklich das Abgeben von Kompetenzen und Reduktion von physischen Kontrolltätigkeit wirklich auch der Spitzenmo initiiert werden und auch getragen werden oder das eben auch das Mittelmanagement versteht. Es gibt auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, ja, man kann durchaus in grösseren Unternehmen auf Teamabteilungsebene initiieren, auch in Eigenverantwortung. Da nehme ich jetzt so mit. Roger, meine Frage, die ein, ganz neu Unternehmen, du hast kein historisches Ehrenwort, wo du mitnehmen Führungskultur, die vielleicht in den 60er Jahren entstanden ist und aus den 80er Jahren geprägt ist. Hast du eine Hierarchie, ein Teamleiter, wo auch Tätigkeiten mitnehmen, hast du ein sogenanntes Mitlos Management, wo keine Vollverantwortung hat? Kontrolle ist immer ein schwieriges Wort, glaube ich, aber grundsätzlich bin ich, ich glaube nicht daran, dass hier ohne Hierarchie funktioniert, ich bin eigentlich, ich glaube, Hierarchie braucht es, da merkt man spätestens, wenn ein Unternehmen grösser wird, ich glaube, wir haben mittlerweile, was sind da, drei Levels, drei Levels von Führungsleuten und im Prinzip insgesamt vier mit den Mitarbeitern, das sind ungefähr die Levels, manchmal hat es sogar noch mehr, aber ich versuche eigentlich durchzugehen, ich glaube, du kannst nicht mehr als acht maximal Leute managen, schlau, und zwar in Bezug auf die nähere Weiterentwicklung, das Vertrauen geben, aber auch schauen, dass die Resultate trotzdem stimmen, oder ich glaube, ein gewisses Performance Management ist trotzdem notwendig, ich glaube, eben dann gibt es kulturelle Unterschiede, wo man vielleicht noch darauf eingeht, oder es ist nicht jedem lang gleichig, du kannst nicht überall, du musst ein bisschen auf das Individuum eingehen, du kannst nicht mit allen gleich umgehen, und von dem her, ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin gar kein Fan von den hypigen Strukturen, die irgendwie so selbst definierend Holocracy und so weiter, ich glaube, Hierarchien braucht es, das muss aber nicht gleichbedeutend sein mit, ich habe hier irgendeinen Chef, der sagt, dass es geht und niemand anders kann entscheiden und so weiter, sondern wir haben eine extrem grosse Demanding-Kultur, die fordert von jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiterin, dass sie auch das Ganze steuern, und ich glaube, ein Leader, ein guter Leader oder eine gute Leaderin ist dazu da, um die Leute zu ernebeln und um sie ermächtigen und um sie begleiten auf dem Weg, den Job zu machen und nicht zu kontrollieren. Aber klar, irgendwo schauen, dass der Output stimmt, gehört auch dazu, nur rennen lassen und nicht schauen, ob man noch an den richtigen Ort rinnt, ist auch falsch. Das ist so meine Sicht. Spannende Aussage, Roger, Hierarchien braucht es, Hierarchien heisst aber auch damit kein Vertrauen zu haben. Das führt mich zu einem Thema, wir können noch auf die Rolle von der Führungskräfte zurück, hast du das Gefühl es gibt, gerade so in traditionellen älteren Strukturen, mittlere Management Ebenen, wo ihre Hauptaufgaben in der Kontrolle, im Überprüfen, im Kontrollieren sehen, gibt es das noch? Ja, ich glaube, das haben wir vorhin schon angesprochen, das gibt es ganz definitiv noch, das hat etwas zu tun, wie man auch Hierarchie versteht und wie man alle versteht. Ich habe eine sehr spannende Aussage von Roger, der ja noch relativ junger Mann ist. Ja, er sieht jünger aus, als ich bin. Er sieht jünger aus, als du bist, aber das war eine sehr reife Aussage. Ich glaube, bei der Hierarchie ist entscheidend, wie man sie lebt. Ich mag mich immer an Dani wieder erinnern, der immer gesagt hat, er hat eine umgekehrte Hierarchie. Er stecht quasi unten und mitarbeitende stützen und unterstützen. Das ist eine ganz andere Idee von einer Hierarchie. Dann denke ich mir, ist es natürlich genau richtig, Roger, was du sagst, wenn du plötzlich 50 Leute führen musst, dann kannst du das nicht mehr, dann kannst du niemanden stützen und unterstützen. Durch das geht es automatisch eine steilere Hierarchie. Wir wollen kleine Teams haben. Ich finde es überhaupt gar nicht problematisch, wenn man es so sieht. Es geht um das Enablen und es geht auch um Richtlinien setzen. Wenn ein Controller Richtlinien setzt, wenn ein Controller sagt, ich sage manchmal einen Haken um den Ponyhof den man macht, dann ist das etwas, was es auf jeden Fall braucht. Das gehört dazu. Es gibt manchmal Situationen, wo man nicht die Leistung bringen wo sie es ist auch ein Learning durch, dass nicht jede Person den gleichen Anspruch hat an Freiheit und nicht gut damit umgehen. Manchmal ist es so, dass eine Person gar nicht erst mit zu viel Freiheit leben Manchmal braucht es ein bisschen mehr Leitplan, mehr Guidance, bei anderen braucht es mehr Freiheit. Und ich glaube das ist das was viele vielleicht auch noch nicht so ganz begreifen, dass man nicht einfach sagen kann, ich mache entweder eins oder null. Sondern es ist halt, ich meine Führen ist sehr eine menschliche Aufgabe. Ich muss auf jede Einzelperson wirklich gut eingehen und die Person verstehen und begleiten und dann kann ich das spielen. Und so dann wirklich jeder Mitarbeiter auch geben, die sie brauchen in dem Moment. Ich würde es wirklich gerade nochmal aufnehmen, aber ich finde es super spannend. Und genau das ist ja dann kannst du Performance Management machen, wie du vorhin gesagt hast. Dann kannst du all das machen, wenn du das als Führungskraft, vielleicht auch als Team, manchmal kann ich als Team sich selber führen, genau wie man mit dem Einzelnen Team umgeht, wer stellt wo, wer braucht Hilfe, wo kann man einsetzen, wenn du das viel stärker machst. Und das haben wir ja auch im modernen Performance Management geht es mehr in die Richtung. Wir versuchen mehr miteinander zu reden, um herauszufinden, wo die Schuhe, die Ziele mehr auf Team-Ebene definieren, etc. Aber ich wollte den Bogen machen, wenn du die 50 Leute hast und niemand mehr Zeit hat, das zu machen, dann delegierst du die wichtige Führung an so was wie HR und Performance Management und dann glaube ich wird es schräg. Dann packen wir Kontrollen in die Systeme rein. Dann machen wir Rüebeli, weil die Leute sich nicht anstrengen. Wir machen irgendwelche Rankings, wir müssen irgendeinen Wettbewerb arbeiten, machen die ja nichts. Ausser wir Ranking einfach als Leute begleiten und genau hinschauen. Ich glaube, es hängt wahnsinnig mit dem zusammen, dass du dir wirklich vorhin überlegst, wie kann ich eigentlich Führung so organisieren, dass sie das leisten kann, was sie unterstützen, aber das genau hinschauen. Ich finde das ein ganz schöner Punkt. Das hat dann wieder viel mit Vertrauen zu tun. Dann bist du im Vertrauen drin und musst dich nicht auf System verlassen, das von Anfang an Misstrauen ins Ganze reinbringen. Versuch mal Vertrauen aufzubauen, wenn du mit ganz grossen Boni winkst. Ganz schwierig, weil dann gehen die Leute nur auf die Boni los. Wir kommen damit gleich in ein neues Thema. Boni, also institutionelle Kontrollen, also das Delegieren von der Kontrolltätigkeit, auch der Motivation, das Thema Performance Management, auch und so weiter. Ich möchte noch ein Thema, das noch abschliessen, Führungskraft im Zentrum zu führen. Aber ich, ich habe meine Führungsausbildung Anfang des 90er Jahre angefangen, bin ja schon älterer her, aber da hat schon, ich mag mich auch in zentralen Aussagen erinnern, führen heisst dienen. Das ist das Verständnis, das habe ich mir vorgehört. Das Mittler Management, der vielfach die Kontrollaufgaben nie geredet hat, meine Erfahrung. Sondern der meiste Rolle der Führungskraft. Mit den Mitarbeitenden beleuchtet, aber auch Mittelmanagement sind Mitarbeiter und da nehme ich mit, das meiste Rolle der Führungskraft, ob man drei Hierarchie hat, ob man eine hat. Führen bin ich schon überzeugt, Führen heisst Dienen Coaching, Enabling, Rahmenbedingungen bereitstellen und sich nicht in die Zukunft schauen, neue Systeme entwickeln, so auch automatisch Vertrauen geben ins Team. Er könnte auch das vorstellen, die Entwicklung. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Die Frage ist ja eher, wieso wir das in den 90er Jahren gelehrt hast, wir das immer noch nicht machen. Wir sehen Ausnahmen einen Weg gemacht, aber sind wir zurück, ob wir Zeit zu machen, ob unser Team einer Größe es machen, ob wir unterstützt von Strukturen und Instrument des Unternehmens. Das ist sehr wichtig. vielleicht noch das Letzte, wer holt in Führungspositionen. Es gibt einen wunderbaren TED-Talk, der heisst, warum so viele inkompetente und über selbstbewusste Männer zu Führungskräften gemacht werden. Es sind jetzt Männer, weil Frauen wirkt es abgestossen, wenn wir über selbstbewusst sind. Wir werden nicht mehr befördert. Es sind zwei Gründe. Wir stehen auf den starchen Mann, nicht auf den dienenden Mann. Und zwar die unten wie die oben. Und das Zweite ist, wir verwechseln Selbstbewusstsein mit Gescheidheit und emotionaler Intelligenz. Und ich glaube, an dem sollten wir wirklich mal arbeiten. Wir sollten wirklich, was du gesagt hast, Führung dienen mal ernst nehmen, die richtigen Leute befördern und die richtigen Strukturen bereitstellen. Das ist das Thema für einen weiteren Talk. Nächster dann also eine Selektion oder das Aufbauen von Führungssystem Personalauswahl. Ich sehe, wir haben hier ein paar Themen offen für das nächste Jahr. Ich würde jetzt noch einen Aspekt ansprechen. Du hast einen guten Satz gesagt, Antoinette, auch der Ponyhof braucht einen Zaun. Ich habe übrigens auch in einem Artikel gelesen. Es braucht gewisse Kontrollen. Ein Zaun ist eine Kontrollen, eine physische Sache. Hast du, Roger, auch einen Hug? Einen Zaun? Einen Zaun? Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch etwas, was wir von Null lernen müssen. Ich bin kein Unternehmer oder so von Anfang an. Wir müssen alle diese Fehler durch und kennenlernen. Was braucht es? Manchmal macht vielleicht mal keinen Hug und macht einen zu grossen Hug und dann machst du wieder auf und musst raus finden. Was ich festgestellt habe, ist einfach so ein bisschen, es braucht mehr einfach Guidance, also so ein bisschen Light Blanken mehr. Es ist nicht so ein klarer Hug, sondern mehr so ein bisschen du da solltest schauen, dass du links gehst und da rechts weniger so die klare Einschränkung und eben das Thema noch kurz aufbringen von dass wir nicht nur auf unsere eigene Kultur schauen können. Ich glaube, was wir festgestellt haben, ist zum Beispiel in Europa haben wir ein sehr speziell auch in der DACH-Region ein grosses Verantwortungsbewusstsein vergleichen mit anderen Ländern vielleicht. Zum Beispiel, wenn du das vergleichst mit den USA oder so, dann ist es dort einfach so, dass die sich das nicht gewöhnt sind. Also wenn du zu viel Freiheit gibst und etwa gar keine Light Blanken oder zu wenig Light Blanken dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir feststellen müssen, dass wir punktuell Anpassungen vornehmen und immer wieder auch das Ziel und den Weg immer wieder wiederholen und klar machen und wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen das eben gar keine Gelegenheit gibt in so einem schnell wachsenden Unternehmen, um irgendwie vom Weg abzukommen, was dann durchaus passieren kann. Und ich glaube, es ist eine grosse Herausforderung herausfinden, was das für ein Hag ist oder was für Light Blanken und es ist ein ständiges herausfinden. Ich will mich jetzt auf den Punkt bringen. Danke, Rosi, dein Vergleich oder auch Jaffari, jetzt, wenn ihr in den USA macht, ich lese das aus, dass es heißt, man hat viele vertrauensvollere Zusammenhaben in Europa, die Afrika-Region gibt viel mehr vertrauende Mitarbeiter als das in den USA, die ja doch eine lange Wirtschafts-Locke war, eine Wohlstands-Locke in dieser westlichen Welt oder nicht. Ist das noch verzichtbar für dich? Also wir sind einfach viel weiter als andere Regionen. in der Schweiz sowieso. Nein, ich glaube, man muss natürlich sehen, wobei ich das jetzt noch interessant finde, dass das bei dir auch so spielt, Roger, in deiner Branche. Wir haben natürlich in Amerika vielfach viel grössere Unterschiede. Die Leute sind weniger ausgebildet. Also du bist entweder top ausgebildet oder dann sehr schlecht ausgebildet. Du hast einen unglaublich hohen Individualismus. Also die sind ja quasi libertär in der Schweiz manchmal auch. Ich wollte jetzt nicht drüber eingehen, aber es ist quasi, kommt man ja nicht, sagt man ja nichts. Auf eine Art. Und darum ist natürlich, dass Amerika von heute schon eins gibt. Es gibt ein schönes Buch von Robert Putnam, der sich eigentlich mit sozialem Kapital, mit Vertrauen in der Gesellschaft auseinander gesetzt hat. Er hat gesagt, sie sind von einer We-Society, also sie hatten das auch, das Gemeinschaftsgefühl, das wir in Europa oder in der Schweiz, wo sehr kleinräumig ist, glaube ich, immer noch zu einer sehr egoistischen A-Society. Und ich glaube, das ist natürlich ein Grund, warum vermutlich man dort auch mehr mit Regeln arbeitet, auf eine Art, und irgendwie gewisse Sachen eben auch müssen anders gehandhabt werden, als wir das gewohnt sind, weil sie eben wieder den Hintergrund nicht haben. Aber das ist jetzt rein, also ich meine, es ist jetzt rein von Weitem geschossen. Ja, es ist eben noch spannend. Meine Beobachtung ist eigentlich eher so, dass ich glaube, das Vertrauen und die Freiheit wird eingefordert, zu 100 Prozent, also genau gleich wie da auch, nur musst du einfach auch ein bisschen mehr auch dann wieder schauen, dass es eben in die richtige Richtung geht. Also du musst öfters wieder gehen, verifizieren, blöd gesagt, dass der Weg noch der richtige ist. Ich würde es mal behaupten, die Leute, die für uns arbeiten, die sind tendenziell Lehrer, gehören zu den gut ausbildenden Leuten, aber und sie wollen die Freiheit, sie wollen die Autonomie, aber du musst glaube ich als Unternehmen einfach auch ein bisschen mehr dann auch wieder schauen, dass es in die richtige Richtung geht, weil ich glaube, jetzt in unserer Erfahrung zumindest mit den gleichen Leuten in Europa ein bisschen anders ist. Aber das würde eigentlich gut mit dem zusammengehen, also einerseits sind sie das gewöhnt, dass jeder alles für sich machen, und was sie eben nicht mehr so haben, ist, dass man in einer Gemeinschaft ist und dass man sich dort auch muss. Ja, absolut. Und man sieht, man kann das Thema, das du vorhin gebracht hast, ich finde es ein schönes Beispiel mit den Boni, weil wir ein schönes Beispiel sind vom Realisieren. Wir haben ja eine sehr lange Kultur von keinerlei Sales Commission gefahren, also kein Vertriebsboni oder so, wenn du etwas verkaufst, dass du noch etwas an den Top bekommst. Das haben wir bis Mitte dieses Jahr gemacht. Und in den USA kommen wir auf keine Leute einstellen, ganz einfach. Weil in den USA funktioniert das Modell einfach anders. Du kannst noch lange probieren, anders sein, und das geht auch, aber du kommst einfach nicht die gleichen guten Leute über, ganz einfach. Und das ist auch stark in der Kultur drin. Das lernen sie von Anfang an, und sie sind auch viel mehr karrierenorientiert, viel sie wollen immer wissen, wann meine nächste Promotion ist. Sie arbeiten auf das. Es ist in den USA viel schwieriger, nur den Sinn zu haben. Weisst du, was ich meine? Ich finde, in Europa ist es einfacher, wenn du einfach sagst, wir haben eine Vision, wir wollen hierher, wir wollen gemeinsam eine gute Zeit haben, und jede gibt das Maximum. Cool. In den USA reicht das nicht. Du kannst nicht einfach sagen, wir sind eine coole Firma, wir haben einen coolen Purpose, eine coole Vision. Das reicht nicht. Das andere braucht es auch on top. Das ist einfach weil Konkurrenz. Im Prinzip in unserem Umfeld, im Tech-Umfeld, hat jede Tech-Firma eine coole Vision. Jede Tech-Firma hat eine coole Kultur. Oder Sites zumindest. Mit dem differenzierst du dich nicht mehr. Es braucht auch den Cash, den Karriereweg, all diese Sachen. Das wird auf uns in einer leicht adaptierten Form. Da würde ich sprechen. Für mich sagen es gibt Firmen in der USA, die keine Boni machen, die sehr erfolgreich damit sind. Aber das sind Firmen, die schon länger im März sind. Die 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 Leute unbedingt wollen. Und das zweite ist im Sales. In allen kommerziellen Rollen. Ich habe bis vor kurzem gesagt, im Sales ist das wahrscheinlich auch etwas, was tatsächlich wichtig ist. Ich habe zwei Beispiele. Das eine ist von einem amerikanischen Unternehmen, Johnson & Johnson, die hatten früher keine Boni, keine Kommissionen in ihrem Sales drin. Und alle anderen hatten schon und haben genau gleich viel verkauft. Aber es gab einen Unterschied, bei den anderen hat es Zyklen gegeben. Du hast immer in einem Vierteljahr gemerkt, ich komme jetzt nicht damit, hast es in das nächste Vierteljahr reingelassen. Ja, logisch. Genau. Was natürlich auch nicht so toll ist es ist sehr gut gegangen, aber klar, es ist auch ein grosses Unternehmen und du hast natürlich den Ruf schon gehabt und sie haben sie jetzt trotzdem eingeführt. Wieso? Es hat auch manchmal etwas damit zu tun, dass man machen muss, was die anderen machen. Aber jetzt ein anderes Beispiel aus einem nachgelegenen Land, einem grossen Industrieunternehmen, in dem ich eine Dissertation mitbetreue, die haben in ihrer Sales-Organisation Boni abgeschafft. und siehe da die Sales sind ausgegangen. Ich bin grundsätzlich grosser Fan von dem Nichtmachen. Das Problem, und das ist vielleicht ein Problem, das wir als Tech-Firma haben, ist einfach, eine Sales-Person in den USA will eine gute 300'000 verdienen im Jahr. 350'000, 400'000. Du kannst das Risiko einfach nicht tragen als Unternehmen, ganz einfach. Du kannst dich lassen, das geht schlicht und einfach nicht. Und ich kann noch so rebellisch sein und wir können noch so rebellisch sein und sagen, das interessiert uns nicht. Ja, dann tut es einfach nicht. Wir haben auch viel intern diskutiert mit dem Rüeble vor den Nassen und so. Und wir haben sensationell performt, ohne. Wir haben sensationell performt, weil wir überhaupt kein Problem hatten. Aber in dem Moment, wo sie in den USA geht, finito. Das ist ja auch wichtig. Du musst ja sehen, du kommst schon in einen Kontext rein und wie funktioniert das dort. Man muss ja immer das anschauen. Aber du hast mich ein bisschen getriggert, wie du gesagt hast, du meintest, das käme dann hier in der Schweiz auch noch bitte. Ich glaube, dass die Firmen alle realisieren, ich brauche eine bessere Arbeitskultur. Hoffentlich. Und alle werden hoffentlich eine moderne Arbeitskultur haben. und dann wird das andere wieder wichtiger. Das meine ich mehr. Aber das geht noch eine Weile. Wir sind mitten in zwei Themen. Wir sind im Thema Incentivierung, Bonifikation. Aber sehr wohl ist das Thema natürlich ein grosser Konnex mit dem Vertrauen, dass man vielleicht über Bonifikationssystem nehme ich jetzt mit, auch ein gewisses Sinn kann. Das ist vielleicht fast ein Substitut fürs Vertrauen, weil die Zahlen werden sie richten. Du musst auch viel mehr Vertrauen geben, ohne Bonifikationssysteme und in der Hoffnung, weil du hast jetzt auch Erwartungen in diesen Unternehmen von Investoren, Sales Wachstum sind. Da braucht sehr viel Mut. Das hat man vorher gehört, es braucht Mitarbeiter mit dem aufnehmen. Vielleicht ist das ein Thema, das man aufnehmen. Ich möchte gerne, wir sind bereits schon fast am Schluss, hoch spannend, da ist vorangefallen Purpose. Wie wichtig ist Purpose für die Mitarbeiter? wie zählt der Beitrag des Unternehmens zum Allgemeinwohl in der Denke von Mitarbeitern? Hat sich etwas verändert? Was ist da eure Sicht? Wenn ich vielleicht der Wahl gegeben, oder nicht? Ja, also ich habe meine Forschung in der letzten Zeit ein bisschen in eine andere Richtung gelangt. Mich interessiert tatsächlich nicht nur der Purpose Organisations oder mich interessiert eigentlich wie Unternehmen wieder zu guten Unternehmen werden. Ganz kurz, was meine ich damit? Ich glaube, es gibt fast keine bessere Erfindung von Menschen als in einer Organisation zusammen zu schaffen. Wir können gemeinsam so viel mehr leisten als alleine. Aber wir machen es nicht immer für gescheidene Sachen. Und ich glaube, das wirklich zusammenzubringen, also nicht nur jetzt noch mehr Konsum und noch mehr Verschmutzung und noch mehr Wachstum und was die tolle Investoren, die du vorhin gesagt hast, es scheint alles zu wollen, sondern quasi zu sagen, wir machen da wirklich etwas Gutes. Wir tragen zum Allgemeinwohl ein. Das finde ich ganz unbesehen davon, dass man wahrscheinlich durch das bessere Mitarbeiter bekommt, einfach an sich wert. Und das möchte ich sehr hoch halten. Ist vielleicht ein Teil von dieser Purpose Diskussion? Ich glaube, da werden wir gerade den Roschik hören, der sich sehr spannende Gedanken dazu gemacht hat. Aber für mich ist das eigentlich eine Verpflichtung, die wir haben. Wir sollten wieder zurückkommen zu dem Ideal vom ehrbaren Kaufmann oder der Kauffrau. Und da gehört das dazu. Der ehrbare Kaufmann, das ist eine Publikation, eine ganz alte, die zusehends wieder zitiert wird. Ja, Roschi, du hast gesagt, alle Tech-Unternehmen, moderne Start-ups arbeiten an dem Hate & Purpose. Wie wichtig ist das Vermitteln und Purpose für deine Arbeit mit deinen Mitarbeitern? Ja, mega wichtig. Ich glaube, wir versuchen immer zu verstehen, finden die Leute sinnhaft, was sie tun. Wir versuchen das auch zu messen und zu verstehen über die Zeit. Hat sich das über Zeit? Und ich glaube, das, was du gesagt hast, jede Tech-Firma hat einen Purpose, ja, irgendwo durch vielleicht schon, aber fragst du immer, ist es auch etwas, was meaningful ist oder relevant ist für die Leute? Ich glaube, in den Bereich, wo wir stark sind, das ist Markenmanagement. Da geht es um Marken, die an Sinn aufgehängt ist und Ziel. Und ich würde es vielleicht mal an Beispiel sagen von uns selber. Wir haben eine Vision definiert oder sagen wir einen Purpose, wo wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen, dass jede starke Marke auf der Welt Frontify benutzt und Marke mit Frontify managt. Ganz ehrlich gesagt, das ist kein starker Purpose, weil wieso das ist nicht relevant für die Leute. Die Übung, die man als Unternehmen machen muss, ist eine Art mit den Leuten zu sprechen. Was ist das, was dich antreibt? Was ist das, was du spannend findest? Was ist das, was du findest, anders als an einem anderen Ort? Das ist ein Teil der Markenstrategie, wo die Vision dazugehört. Wir haben die Übung länger gemacht, mehrmals. Was wir herausgefunden haben, ist, dass viele Leute da sind, weil sie Kultur schätzen von dieser Firma. Sie sind da, weil sie gerne mit diesen Leuten zusammenarbeiten und gerne in dieser ambitionierten Welt und auch mit den internationalen Kunden etwas erreichen. Aber es war sehr people fokussiert, was sie eigentlich antreibt. Und wir haben versucht, eine Vision zu formulieren, die da mit drin hat, wo unser Ziel als Firma, als Markenmanagement Provider blöd gesagt, aber auch das Ziel unserer Mitarbeiter, die Sinnhaftigkeit der Mitarbeitenden berücksichtigt. Und dann haben sie gesagt, wir, also in Englisch hat es geheißen, we envision a world where everyone is part of building beloved brands, was so viel heisst wie, wir wollen, dass jeder, jede Teil ist vom Bauen von starken Marken. was das bedeutet, ist eigentlich, dass wir etwas Gutes tun für die Leute von unseren Kunden, die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter, dass wir die befähigen, dass wir denen eine Stimme geben, dass wir die stärken. Also es ist viel mehr, wir wollen die stärken, den People Focus und weniger ein Ziel erreichen für das Unternehmen dort oder die Brand Manager dort oder der Siemo dort. Das hat mega viel gemacht mit den Leuten, weil sie sich super gut mit dem identifizieren. Jetzt habe ich lange gesprochen, aber ich habe es interessant ein Beispiel. ich habe das so verstanden, wir haben auch ein Purpose fest geschafft, wo am Schluss die Purpose ist, die Menschen zu unterstützen. Ich würde mich fast ein Anfang führen, auch von dem Internet, wo auch ein zentriertes Personalmanagement vielleicht auch der Mensch im Zentrum. Eine Schlusswort von Antoinette, wir müssen auf die Zeit schauen, von dem nach Roger, wir kommen in zwei, drei Minuten, bitte, Antoinette. Also ganz kurz, auf LinkedIn habe ich das Motto und das heisst Trust Rocks und bei dem bleibe ich ganz gerne. Trust Rocks, Roger, danke, Antoinette, Schlusswort? Roger, du meinst? Roger, tut mir. Aber ist okay, ein Schlusswort von mir auch, ich habe vor so lange gekriegt. Ich fände es schön, wenn wir in der Auschwitz Vorreiter wären, um modernen Führungstreifen eine coole Arbeitskultur aufbauen, das ist eine Riesenchance. Eine Riesenchance für die vertrauensbasierte Arbeitskultur weiterentwickeln, weiterbeleben, was es vielleicht schon mal gegeben hat. Vielen, vielen Dank Antoinette Weibel für die spannenden Input, Insights. Roger, wir haben gestreift von Leitblanken, Freiraum G, YOLO haben wir gehört, Fachkräftemangel, die wir alle erleben als Unternehmer, die Vertrauen geben kann ein wichtiger Betreiber sein für praktische Arbeitgeber. Wir haben Weikultur gehört, Individualismus, das Thema Führungskräfte oder Weistrollen, wir haben einen Ausdruck für und für die Vision, Mission, Kultur, Purpose. Ich nehme ein paar Themen mit, wir haben viele Stoff für IHK-Talk vom nächsten Jahr, Schätze Damen und Herren, es geht nach der Sommerferie weiter, wieder eine Reihe, IHK-Talk at HSG, wir werden Sie informieren, vielen, vielen Dank fürs Zuhören im Publikum, Antoinette, vielen Dank, Roger, vielen Dank, alles Gute, danke. Danke.